Der 17-Jährige, der vor ein paar Tagen in Bad Godesberg von mehreren Tätern offenbar grundlos verprügelt worden war und in den letzten Tagen um sein Leben kämpfte, ist heute am frühen Morgen an den schweren Verletzungen gestorben. Von den Schlägern fehlt weiterhin jede Spur. Der 17-Jährige stirbt heute Nacht in der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie der Uniklinik Beuch. Rein im Flamm, viele machten Party letzte Woche und sah abends in der Glotze. Eine Nachricht, die mich schockte, es ist das Schicksal, das uns immer fickt. Die Medien berichteten, dass Niklas jetzt im Himmel ist, wünsch' jeden Menschen Frieden. Doch den Tätern wünsch' ich Schmerz, Hölle, Pech und dass sie lebenslänglich kriegen. Ich frag mich, ob sowas Menschliches, wann es zu Ende ist, erst wenn ihr im Gefängnis sitzt. Er war erst 17, hatte noch das ganze Leben vor sich. Doch wir beten für dich, bis deine Seele fort ist. Familie Trauer, sie liebt und vermisst dich. Es hätte jeden treffen können, ihn, sie, nicht dich. Wacht auf, er ist nicht da, es ist traurig, aber wahr. Diese Frau, sie kommt nicht klar und das Blaulicht war nicht da. In diesem Leben muss man mit Pistolen kommen. Ihr habt nach Mutter ihren Sohn genommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.